Seid gegrüßt, Freunde der Erdumdrehung und der fehlenden Knie von Pinguinen. Bevor wir euch die fulminante Partie FC Batzenheit gegen den FC Herisau wahrheitsgemäß nacherzählen, wollen wir zu der fehlenden Berichterstattung des vorletzten Spiels FC Herisau gegen den FC Rorschach Stellung nehmen. Es wurde von unserem Autor S. Schuler pflichtbewusst ein Text erstellt, der seine Sicht des Matschs FC Herisau gegen den FC Rorschach widerspiegelt. Nachdem er diesen der internen Zensurstelle zur Prüfung vorlegte, konnte er das niederschmetternde Urteil eines, seiner Meinung nach willkürlich handelnden Pseudoamts kaum fassen. Nicht veröffentlichbar. Doch war unser Autor nicht wegen des nicht existierenden Wortes veröffentlichbar völlig außer sich, sondern wegen der Begründung der Zensurschaffenden. Der Matschbericht sei zu hart und zöge den vom FC Herisau gespielten Fußball derart in den Dreck, dass dies eine Vielzahl unserer Hörer nicht mehr für amüsant befinden können. Und es wird ein Auszug aus dem Text zitiert. Doch bin ich fest der Überzeugung, dass auch die damalige Erstligamannschaft das Prädikat ansehentlichen Fußball nicht verdient hatte. Die meist geldgierigen Amateurfußballer, die vor allem sich selber als Protagonisten sahen, jonglierten sicher einige Male mehr als die jetzigen Spieler. Doch wussten sie nicht, was es heißt, füreinander zu kämpfen und mit dem letzten Sprint vor der Ohnmacht mit einer Todesgrätsche den Stürmer am Ausgleichstor zu hindern. Doch will ich mir den heutigen Fußballer auf keinen Fall schönreden. Im Gegenteil, vielleicht bietet der FC Herisau am heutigen Tag die bisher schlechteste Leistung dar, welche ich je zum Sehen verdammt war. Um allfällige Anschläge von aufgebrachten, nicht mal mittelmäßigen Hobbyfußballern auf unsere Redaktion zu vermeiden, haben wir von der Zensurstelle entschieden, den restlichen Bericht nicht für die Öffentlichkeit freizugeben. Da sich der sichtlich aufgebrachte Autor der Aufforderung, einen neuen und vermeintlich lustigeren Matchbericht zu verfassen, widersetzte, wurde er radiointern gebüßt. Diese von vier Fünftel des Radiovorstands gebilligte Buße, die als eine Bestrafung umgesetzt wurde, ertrug unser Autor wie ein Mann. Oder in den Zeiten der Gleichberechtigung wie eine Frau. Wir hoffen, dass dieser Eklat nun geklärt ist. Nun zum Spielbericht des letzten Samstag, wo der FC Herisau auf den Tabellenführer des FC Batzenheit traf. Von der Kritik an seiner Arbeit noch immer ein wenig gekränkt, fällt das Resümee der Partie eine Spur zu blumig aus. Jedoch wurde es von der Zensurstelle gut geheißen, nun denn, hören Sie am besten selbst. An einem leicht sonnigen und angenehmen milden Frühlingstag fanden sich die Gäste aus dem malerischen Appenzellerland in der nicht weniger hügeligen und traumhaften Landschaft von Batzenheit ein, um dort in einem Fußballspiel zu erkunden, wer von beiden Mannschaften besser mit dem runden Leder umgehen kann. Der FC Batzenheit war in den ersten Minuten die spielbestimmte Mannschaft und war mehrheitlich in Ballbesitz. Dass dies den Herisauern natürlich nicht gefiel, merkte auch das Heimteam und spielte ab und zu einen Fehlpass oder verlor einen Zweikampf, damit die Appenzeller auch einmal den Ball am Fuss spüren durften. Jedoch wussten sie nicht wirklich etwas mit diesem großzügigen Geschenken anzufangen. Und so ging der FC Batzenheit noch bevor die Startviertelstunde abgelaufen war in Führung. Nach einem amüsanten Kuddelmuddel vor dem Herisauer Tor sprang der Ball zufällig zum Stürmer Maxutti, von manchen auch Max Sutter genannt, der sich kurz unsicher war, ob er dieses Präsent überhaupt annehmen dürfe und entschied sich dann, den Ball doch unhaltbar im Tornetz zu versenken. Der FC Herisau erschrak sich dieser Führung derart fürchterlich, dass die Batzenheider aus Mitleid ihr Spieltempo um etwa zwei Gänge zurückschalteten. In der Folge entwickelte sich ein derart ausgeglichenes Spiel, welches dem neutralen Zuschauer, der dem kommunistisch-umverteilerischen Gedankengut nicht abgeneigt ist, das Herz hüpfen ließ. Bis zur Pause sah man gelegentlich eine Chance vor dem Herisau und dann wieder eine vor dem Batzenheider Tor. Auch der Schiedsrichter befand diese erste Halbzeit als ordentlich und pfiff exakt nach 45 Minuten zur verdienten Pause. Die beiden Mannschaften zogen sich nun in ihre Kabinen zurück, wohin die Trainer nochmals zu den gebotenen Leistungen gratulierten oder sie ein wenig aufmuntern konnten. Währenddessen trainierten die Auswechselspieler Situationen wie Elfmeterschießen und Schienbein jonglieren oder übten sich darin, die Querlatte zu treffen. Alles, was bei einer Einwechslung in der zweiten Halbzeit der Mannschaft doch noch den Sieg bringen könnte. Auch in der zweiten Hälfte bemühten sich zu bringen beide Mannschaften, den Gegner ebenfalls in das Spiel mit einzubinden und in den Zweikämpfen den Kontrahenten ja nicht zu verletzen. Doch bald kam die 65. Minute und mit ihr eine weitere Unkonzentriertheit der Gäste. Hat man bis dahin immer schön geschaut, dass auf dem doch weiten und langen Rasen kein Batzenheider allein umherirren musste, vergaß gerade zu jenem Zeitpunkt die Begleitung von dem uns schon bekannten Maxuti, diesen an die Hand zu nehmen. So stolperte der Batzenheider Stürmer verloren im gegnerischen Strafraum umher und als er sein Pendant nicht mehr fand, schoss er halt den ihm eben vor die Füße gefallenen Ball ins Tor. Dem ihm zugeordneten FC Herisau-Spieler wurde schlagartig klar, wo er seinen Freund für diese Partie vergessen hatte und kümmerte sich nach diesem haarsträubenden Missgeschick doppelt um den Batzenheider Stürmer. In der Folge kam bei den Gastgebern aufgrund der Zwei-Tore-Führung wieder ein wenig Mitleid auf und deshalb ließ der Tormann vom FC Batzenheit einen ziemlich scharf, aber doch recht zentral gedrehtenen Freistoß von Luca Keller passieren. Doch auch mit tatkräftiger Mithilfe der zuvorkommenden Gastgeber gelang es den Herisauern nicht, den Treffer zum 2 zu 2 Unentschieden zu erzielen. Nach dem Schlusspfiff wurden Verlierer getröstet und Sieger beglückwünscht und nach einem gut gekühlten Sirup verabschiedeten sich dann auch die Letzten nach Hause.